Was ist denn hier los Anna? Komme schnell! Lisa, was machst du denn hier? Lisa, wie kommst du denn hier hin? Was ist denn das hier für ein Kram all? Hast du das alles hier genommen? Wie lange bist du denn schon hier? Wir gehen gerade durch das Zimmer, wir waren bei dir im Zimmer noch gar nicht. Als ich morgens mein Arztzimmer betreten habe, war ich sehr überrascht. Eine Patientin, Lisa Koch, lag auf dem Boden. Der ganze Boden war übersät mit leeren Energydrink-Dosen und der Computer lief an. Zudem war sie leicht bekleidet und in einem für uns nicht zu erwartenden schlechten gesundheitlichen Zustand. Sie war offensichtlich zusammengeklappt, da mussten wir sie jetzt erstmal untersuchen. Hast du denn die Tabletten genommen? Ja, aber nicht so viel. Das war zu viel auf jeden Fall. So, eigentlich soll es ja heute entlassen werden. Das wird sich jetzt etwas verzögern. Kannst du mir denn sagen, was das ist? Ja, eigentlich beinhaltet immer ein bisschen Einschränkungen. So, legen wir dir erstmal einen neuen Zugang. Was ist hier los? Lisa, was ist hier los? Entschuldigung, können Sie mir bitte... Lisa, was ist denn hier passiert? Wenn Sie mir gerade einen Moment raum lachen, dann erkläre ich Ihnen das, soweit ich das hier überhaupt überblicken kann. Also, wir haben sie hier jetzt gerade vorgefunden. Die hat sich irgendwie heute unseren Kontrollen entzogen. Okay. Hat hier mit dem Laptop irgendwas gemacht. Ist ja auch ein bisschen leicht bekleidet. Lisa, hast du schon wieder gezockt? Ich habe dir doch gesagt, du sollst das bitte sein lassen. Du treibst doch nicht wieder so. Ach Gott, Lisa. Machst du welche Infusionen fertig machen? Ich war heute hier, weil ich meine Tochter mitnehmen wollte. Sie hatte eine Blinddarm-OP. Okay. Und dann habe ich sie dort liegen sehen. Und ja, ich habe mir so Sorgen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Grund sie das gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat sie ja jede Menge Energydrinks wohl getrunken. Da liegen auch Coffee-In-Tabletten. Man sieht da auch schon leichte Auffälligkeiten im Herzrhythmus. Also, sie muss auf jeden Fall noch hierbleiben. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn da jetzt der weitere Ablauf? Wie lange muss sie denn hierbleiben? Also, könnte, könnte, ist nicht. Kann ich sie vielleicht ganz kurz mal unter vier Augen sprechen? Hast du das denn ausgemacht? Ja. Dann gehen wir einmal ganz kurz nach draußen. Ich mache mir Sorgen um meine Tochter. Sie streamt die ganze Nacht durch. Sie kleidet sich total freizügig. Und sie ist auch schlecht in der Schule geworden dadurch. Und ich weiß einfach nicht weiter. Jetzt hat sie auch gesagt, dass sie ins Arztzimmer gegangen ist, um halt die Internetverbindung haben zu können. Also, die ganze Nacht ist so dann wirklich für sie ehrlich. Okay, warten wir ganz klein. Ich sage hier nur noch ein paar Takte dazu. Und dann komme ich sofort zu Ihnen. Wir führen das Gespräch weiter. Mit 16 Jahren dürfte man eigentlich schon ein Verhältnis dazu haben, was vernünftig ist und was unvernünftig ist. Scheinbar hat Lisa hier einen unheimlichen Druck, dass sie zu solchen Mitteln greift, sich unbedingt wachhalten wollte mit diesen Koffein-Trinks. Natürlich kann es sein, dass da eine Spielsucht hintersteckt oder eben ganz andere Sachen. Ganz wichtig wäre es auf jeden Fall, hier die Ursache herauszufinden. Ich kann Ihnen an Vorschlägen wirklich hier ein paar Familienhelfer, also eine Auswahl geben. Können Sie gerne mit denen mal sprechen, weil ich denke, da steckt noch irgendwas anderes dahinter und das sollten Sie rausfinden. Und wenn das behoben ist, dann denke ich, ergeben sich die anderen Probleme auch, also lösen sich in Luft auf. In Absprache mit Lisas Mutter kontaktiert die Stationsärztin eine Sozialpädagogin, die fünf Tage später bei der Familie vorbeischauen wird. Kurz vor dem Termin überschlagen sich die Ereignisse. Denn als die alleinerziehende Stella von der Arbeit nach Hause kommt, dringt Qualm aus ihrer Wohnung. Lisa, Jan! Lisa, Jan! Oh, was ist denn hier los? Oh, nein! Vorsicht, es ist heiß! Was hast du hier getan? Ich habe keine Ahnung. Ich war am Hausaufgaben machen. Ich habe mir eine Pizza gebacken. Lisa, du sollst einmal auf deinen Bruder aufpassen. Einmal. Ist das denn so schwer? Ist das denn zu viel verlangt? Guck mal bitte, wie es hier aussieht. Ich habe den Rauch gesehen und bin total panisch geworden. Ich habe gedacht, es brennt bei uns und dann habe ich gesehen, es ist nur die Pizza. Das ist aber mal wieder typisch für Lisa. Man kümmert sich um nichts, soll einmal auf Jan aufpassen und dann passiert gleich so was. Hallo! Hallo! Hi! Hallo! Ich bin Jan. Hi, ja, Diana Richter. Hallo, bin ich hier? Hallo, Stella, Koch. Ja, entschuldigen Sie bitte. Was ist passiert hier? Müsst du weiter Hausaufgaben machen? Ja, ich mache mal Hausaufgaben. Okay. Ja, kommen Sie doch bitte rein. Soll ich die Tür schließen? Ja, besser ist das. Familienhelferin Diana Richter sucht zunächst das Gespräch mit Mutter Stella. Diese befürchtet, dass sich Tochter Lisa minderwertig fühlt, weil Bruder Jan besser in der Schule ist und sich die 16-Jährige deswegen in ihre Gaming-Welt zurückzieht. Ich kann es Ihnen auch zeigen. Wir haben hier hinten so eine Liste gemacht. Ja, das war einfach so eine spontane Idee. Ich habe gehofft, ich könnte Lisa damit ein bisschen pushen. Wir haben eine Liste gemacht und wenn es dann fünf Sterne voll sind, dann darf sich einer was wünschen und dann versuche ich den Wunsch für die Kinder dann auch zu erfüllen. Okay. Ja, man sieht, Lisas Liste ist ganz leer. Okay. Ich gehe davon aus, dass Jan auf dem Gymnasium ist oder auch auf der Realschule? Vollkommen richtig, der ist auf dem Gymnasium und ich glaube, wenn Lisa so bleibt, dann schafft sie noch nicht mehr mehr ihren Realschulabschluss. Okay, okay und verflüchtigt sich ins Zocken. Dann würde ich folgendes vorschlagen. Ich würde gerne das Gespräch mit Lisa einfach mal suchen, um zu gucken, ob ich da vielleicht irgendwas abklopfen kann, um einfach weiterzukommen. Mein erster Eindruck bei Lisa war, dass sie alles sehr stark runterspielt. Das heißt, das wäre gar nicht so schlimm, dass sie umkippt. Das wäre auch völlig normal, dass man sich mit Energydrinks die Nächte um die Ohren schlägt, dass man viel Gaming macht und zockt und auch, als ich sie darauf angesprochen habe, wegen der Schule und wegen dem Abschluss, dass das gar nicht so schlimm wäre, weil ihre Stärke wäre das Programmieren und da würde sie mit Sicherheit einen Job finden. Ich würde gerne, haben Sie vielleicht die Möglichkeit, den Strom auszuschalten, also die Sicherung rauszunehmen? Ja, muss ich aber gerade in den Keller. Würden Sie das für mich tun? Ich würde das nämlich gerne mal ausprobieren, wie die Kinder darauf reagieren und gerade Lisa. Ja, ich hole nur gerade meinen Schlüssel. Sozialpädagogin Diana Richter ist gespannt, wie Jans ältere Schwester Lisa mit dem inszenierten Stromausfall umgehen wird. Sollte die 16-Jährige tatsächlich spielsüchtig sein, dürfte ihre Reaktion unverhältnismäßig stark ausfallen. Die ist schon unten, die ist schon auf dem Weg nach unten, wahrscheinlich Stromausfall. Ich war gerade im Keller, also ich, ist gerade die Sicherung raus oder kaputt, kümmern wir uns mal drum. Und das zusammenhängt, ja. Kommen Sie rein, kommen, dann gehen wir alle mal zusammen ins Wohnzimmer. Vielleicht haben wir ja noch eine andere Möglichkeit. Jan, bei dir alles okay? Magst du mal rüberkommen? Ja. Ich fand die Idee von der Familienhelferin, den Strom auszuschalten, total genial. Ich wollte einfach mal gucken, was für eine Reaktion von Seiten von Lisa kommt. Und damit habe ich nicht gerechnet. Dann hätte ich spontane Idee. Wenn du magst, bleib du im Moment sitzen. Jan, hättest du Lust, mit mir was zu spielen? Klar. Ja, ist das okay, wenn da ein paar Minuten die Hausaufgaben unterbricht und ein bisschen Kraft tankt? Ja. Ich bräuchte ganz viele Matten. Am besten eine gerade Zahl. Eine Badematte, eine Fußmatte. Cool, da muss ich mal gucken. Vier Stück davon. Geben sie mir kurz Zeit. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich würde gerne mit dir ein Spiel spielen. Und zwar versuchen wir gleich, ich würde sagen, von dort hinten, wir beide uns zu betteln. Und zwar nehmen wir die Fußmatten und spielen, dass unten drunter wäre Lava. Und wir dürfen mit den Händen und mit den Füßen nicht den Boden berühren. Bei dieser Aktion mit den Badematten habe ich ganz schnell feststellen können, dass, obwohl ich mich angeschränkt habe, dass Jan Schwierigkeiten hatte. Und genau in diesem Moment die Schwester direkt kommentarlos aufgesprungen ist, ihren Bruder angefeuert hat und Hilfestellung gegeben hat. Und genau das wollte ich eigentlich erreichen. Ich wollte schauen, inwieweit ihr Reflex ist, ohne darüber nachzudenken, wie sie in der Bindung zu ihrem Bruder steht. Was mir ganz eindeutig aufgefallen ist, Lisa, irgendwie hast du ja doch das Bedürfnis, mit der Familie, Zeit ein bisschen zu verbringen, das anzunehmen. Natürlich, ich habe doch meine Familie auch lieb. Aber was gibt dir denn dann das Gaming? Warum so exzessiv? Komm, Max, mir das mal geben. Ich meine so, wir gucken doch da Leute zu und dann geben die mir auch so Feedback und sagen, dass ich das gut mache. Und das ist auch immer ein gutes Gefühl. Okay, gutes Gefühl. Ist es denn auch die Anerkennung? Nein. Also hast du das Gefühl, dass du dort Anerkennung bekommst, die du vielleicht von der Familie nicht bekommst? Nein, Quatsch. Nee, so ist das nicht. Dann ist das nicht der Grund. Hey, was ist denn los? Ich merke, dass dich was beschäftigt und bedrückt, aber ich kann dir im Moment noch nicht helfen. Oh Mann, das ist alles meine Schuld. Aber was denn? Sprich doch bitte mit uns, Lisa. Es geht um den letzten Urlaub, wo wir an der Ostsee waren. Lisa glaubt, dass sie ihrer Familie die letzte Reise vermisst hat, weil sie ständig schlecht gelaunt war. Mithilfe ihres eigenen Gaming-Channels wollte die 16-Jährige nun Geld verdienen, um ihrer Mama und ihrem Bruder einen neuen Urlaub zu ermöglichen. Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Wir haben uns Sorgen gemacht um dich. Das heißt, du wolltest das auch überraschend machen und deswegen hast du der Mama nichts gesagt. Und die Mama hat natürlich gedacht, okay, du driftest total ab in die Sucht. Und dein Bruder hast du lieb. Natürlich. Es hat nichts damit zu tun, okay, okay, okay. Dass Lisa mit ihren jungen 16 Jahren und inmitten der Pubertät das wieder gut machen wollte, das rechne ich hier ganz hoch an und auch ihre Mutter hat das natürlich direkt berührt. Aber das ist natürlich der falsche Weg, weil sie damit ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzt, ihre Schulnoten verschlechtert und sich eventuell sogar die Zukunft damit verbaut. Sprich mit mir, wenn irgendwas ist in Zukunft, ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, wir drei und dass wir miteinander sprechen. Ja, ich weiß nicht. Ach Gott, ihr seid echt. Ab sofort will die Familie keine Geheimnisse mehr voreinander haben. Lisa betreibt ihren Gaming-Channel weiter, spielt aber nur noch in einer vernünftigen Dosis Online-Spiele. Und der verpatzte Urlaub wird schon bald nachgeholt.